Janek aus Oberwenningen. Er hat drei Minuten, sehen wir, aber die Zeit ist eigentlich nicht so das Problem. Ja. Das hilft. Felix, Kops, sitzt genau unter dem Fuß, mein Lieber. Oh oh. Nein, 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 nein. Noch in 90 Grad hat er schon. Ja, ja. Nein, nein, rum ist er noch nicht. Nein, nein, rum ist er noch nicht. Hör auf. Milan, noch eine gute Minute. Jetzt, jetzt hängt er ja richtig drin, also jetzt gibt es kein Vor- und kein Zurück mehr. Er muss in der Farbrichtung stehen, na ja. Heilig scheint es nicht zu haben. Ja, alles klar. Der verkauft nebenbei noch Heizdecken. Ah, 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 ah. Eins überhanden. Milan. Hier nicht. Hier nicht, aber er hoffentlich. So. 20 Sekunden, Milan. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Einmal. Einmal. Einmal darf er noch. Einmal darf er noch. Und. Äh. Ja, okay. Also. Einmal. Ja, okay. So. Ja. Ja.